Was wollte der Zweite? Achso, die Quellsteine hier. Ich habe gerade überlegt. Es waren noch zwei Quests. Einmal das Ding restaurieren. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir gerade Quellsteine sammeln. Aber so als Tank hat man es echt gut. Man geht hin. Wenn man irgendeine Quest hat, rennt man da hin. Und alle rennen einem hinterher, ob sie wollen oder nicht. Weil ohne ist es meist ungünstig. Ja, 29. Oh, Bosskampf. Ja, wir machen gleich nach dem Bosskampf den Talentpunkt. Konnte der irgendwas? Ich glaube, der konnte auch so gar nichts. Der ist einfach ausgewichen. Aber wir sind alle auf 27 gesetzt. Ah, jetzt müssen wir hier die... Mhm, okay. Wo kommen die denn her? Könnt ihr mal Eda reinhauen? Wirklich toll ist der jetzt nicht. Hier. Oh, 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 oh. Okay. So, Seelenbaum. Äh. Ja, komm hier. Machen wir. Speichern. Wenn wir dann noch einen Punkt da reinschmeißen, dann... Äh. Dann kriegen wir ja neue Zauber. Eh. Warum greifst du mich an? Tank, mach was. Und sie aus meinem AE ziehen, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich dachte, dass du machen solltest. Aber okay. So. Also bis 30 will ich wenigstens kommen, ehe ich in das andere Gebiet komme. Möglichst noch mehr. Ups. Wieso kann man hier eigentlich nicht den Fuchs nutzen? Das würde mich ja auch interessieren, warum das in Instanzen nicht geht. Äh. Ach so. Wie habe ich es denn geschafft, mich selbst anzuklicken? Das ist ja auch so eine Frage für sich. Konnte der was tolles? Ich glaube nicht, wahr? Äh. Äh. Gehen wir jetzt hier runter? Okay. 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 Das ist so geil, dass du hier einfach keinen Fallschaden bekommst. Ah, okay. Wir machen jetzt wirklich alle die Quests. Oh, wie cool. Das ist schön, dass man ohne zu fragen, ich meine, okay, es hatten anscheinend auch andere diese Quest. Hier ist... ...in Middle. Okay. 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 In Middle Stay. Okay. Okay. Ich probiere es noch einmal. Hier, er ist durch. Naja. Ist es vorbei? Ja, es ist vorbei. Zurück verlangen, was uns gehört. Obwohl es mir schwerfällt, hinzusehen und an die Rolle zu denken, die ich dabei gespielt habe, bin ich doch sehr froh, dass es wieder in unseren Händen und nicht mehr in denen des ewigen Hofes ist. Und nur Crap, wie immer. Und was kriege ich? Yeah, eine große Schriftrolle der Weisheit. Mensch. Die wollte ich doch schon immer mal haben. Woher wussten die das nur, dass ich das schon immer haben wollte? Oh, mein Knecht ist durch. Fordern. Blinden. Äh, der kann nicht, aber der kann nochmal. Los. Und nochmal ein Artefakt. Ja! Destillierte Todesessenz. Was mich stören würde, ist, wenn man dann Tatsache nochmal die gleiche bekommt. Das wäre echt fies. So, aber das ist auch fertig. Das ist gut. Achso, und das ist der Boss. Mein Ehle ist auch da. Alles gut. Aber die, ich, ich, ich finde auch toll, dass man halt Schaden und so sieht. Aber das ist angenehm, dezent ist. Also, das ist, es ist zwar da, aber es ist schön in der Ecke. Bin, muss zugeben, ich bin kein Add-On-Freund. Add-Ons sind für mich einfach nur noch eine Landplage. Ich finde die super nervig. Ist einfach so. Das ist, boah, wenn ich mir teilweise das Interface von manchen Leuten angucke. Also, die haben für jedes und alles ein Add-On. Selbst fürs Denken. Quest-Verfolgung ist einem schon, äh, ist schon mit drinne. Aber es ist egal. Braucht man. So, mal gucken. Uh, ja, den nehmen wir mit. Bedarf. Wenn wir ihn kriegen. Ähm. Benutzen. Ausrüsten vielleicht die Chance. Ah. So richtig. Machen wir Gier. All das Golem-Ding fand ich jetzt nicht so die Welt. Aber, oh, ich hab den Ring bekommen. Yay. So, und den rüsten wir gegen den Blauen aus. Sehr gut. So, dann gucken wir noch hier. Natürlich. Natürlich. Es ist zum Mäusemelken. Ernsthaft. Die verarschen einen doch. Ich hoffe, mein Pad ist schön hinter mir. Und ich hier nicht großartig kämpfen muss. Das finde ich hier auch sehr angenehm, dass wenn man irgendwo runterhüpft, dann hüpft der ja mit einem runter. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, also teilweise hast du es ja echt, dass du falsch läufst. Richtig. Richtig. Teilweise hast du es ja echt, dass, ähm, dass du... Wollen wir dir mal das Pad da, das Viech da abnehmen? Interessiert die nicht. Gut. Manchmal bin ich echt zu nett. Wirklich. Naja. Gehen wir mal die Quest noch ab. Tschüss, hat auch keiner gesagt. Gestohlene Quelle. Genau. In unserer Manufaktur ist dies ganz sicher mehr von Nutzen als im Besitz dieser verderbten Schurken. Äh, aha. Und dafür, dass es so viel toller ist, kriege ich nichts Vernünftiges? Na, toll. So, ich bin aber wohlerzogen. Brauche mich aber von niemandem zu verabschieden, weil ich in keiner Gruppe bin. Ich hoffe, ich kann jetzt hier einfach rausrennen und komme da wieder an. Ich hoffe es einfach. Ich habe gerade keinen... Ja, okay. Ich bin wieder da, wo ich herkomme. Hab auch gleich den nächsten Mob am Arsch. Aber wenigstens kann ich hier jetzt Nachschub sammeln. Ist ja auch was. Oh, cool. Der gibt mir auch gleich eine Quest. Sehr schön. Wir müssen noch Tia-Imen besiegen. Okay. So. Äh, da waren auch noch einige, ne? Huch, wo kommst du denn her? Ist das Tia-Imen? Nee. Da lang. Okay. Äh, das sollte der Aktivität der Banditen in der Gegend vorläufig ein Riegel vorschieben und hoffentlich als Warnung für alle anderen dienen, die über ein Leben als Verbrecher nachdenken. Ja. Würde ich mir nie wagen, weil ich bin ja gut erzogen und so. Oh, der Wölfer greift uns trotzdem an. Wie doof. Ich überlasse den meinem Ehle. Und suche irgendwo hier. Hier war jetzt das Dorf, ne? Ja. Nee, mehr hatte ich wirklich nicht. Blöd. Ah ja. Mein Erholtbonus ist weg. So, der sitzt jetzt noch acht Minuten. Dann kann ich nochmal das Artefakt machen. Und mit diesem hier, ne? Ja, mit diesem, diesem und diesem. Und dann kann ich die noch auf ihre Einzelmissionen schicken. Ah, gut. Schön. Klappt ja alles so, wie ich wollte. Nur das ist an dem Erholtbonus müssen wir noch arbeiten. Aber dann werde ich jetzt einfach diese Woche nicht spielen. Ich hab dann erstmal auch wieder ein bisschen was auf Lager. Oh, guck mal. Ausfälle und Ausrüstung trinken. Oh, ich hab doch so'n Ding schon. ab이�ync. Okay. Genau. Dit ist auf dem Weg. Also auch um. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Amen. Bis zum nächsten Mal. see il